Ja, guten Tag, mein Name ist Dr. Armin Hauschild, ich bin Notar hier in Düsseldorf. Das sind meine beiden Mitarbeiterinnen, das ist die Frau Süfer, das ist die Frau Kasker. Die Veranstalter des Deutschen Web-Videopreises haben mich gebeten, jetzt im Vorfeld der Veranstaltung schon die Ergebnisse der Jurybewertung entgegenzunehmen und notariell aufzubewahren, bis dann nächste Woche die große Veranstaltung stattfindet. Und deswegen reicht mir die Mitarbeiterin jetzt die Ergebnisse, genau diese Auswertung, das ist der heutige Stand, den fülle ich jetzt in das Provert ein und klebe das zu. So, dann kommt mein notarielles Siegel da drauf und dann steht mit Beweiskraft einer notariellen Urkunde fest, dass am heutigen Tage dieses Ergebnis schon in der Welt war und dann im Nachgang nicht mehr verändert werden kann. Und das ist dann die Absicht, dass dieses Provert dann nächste Woche zu der Veranstaltung kommt, geöffnet wird und dann weiß man, das ist genau das, was eine Weile vorher schon feststand. Und dann gibt es da keine Zweifel dran. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß bei der Veranstaltung.